Jolan Chou und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren abendlichen Offizier-Video. Heute unterhalten wir uns mal über Data und zwar den Data aus das nächste Jahrhundert. Es gibt ja einige Datas in dem Spiel, das ist immer ein bisschen verwirrend, aber das ist der Data, wo immer DNJ dabei steht. Aber bevor ich in die Details gehe, noch der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonniere den Kanal doch bitte und wenn du das tust, dann klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du immer informiert wirst, wenn neues Video rauskommt. Und im Moment läuft ja sowas auch wie eine kleine Challenge zwischen meinem englischen und meinem deutschen Kanal. Welcher Kanal hat es denn geschafft, die 1000 Abonnenten schneller zu erreichen, weil das ist bei so einem Kanal immer mein, sagen wir mal, erstes Ziel, was man so erreichen möchte. Und der englische Kanal war vergleichsweise schnell, aber der deutsche Kanal hat schon die Chance, den sogar noch zu übertreffen und deshalb kannst du dann ein Teil davon sein. Aber reden wir mal über Data. Dieser Data ist ein gewöhnlicher Offizier. Er gehört zur Klasse Kommando, das heißt, wenn man ihn später upgradet, braucht man Kommandoabzeichen. Er gehört zur Gruppe das nächste Jahrhundert, das heißt, er bekommt, wenn er Captain ist, Synergien von anderen Offizieren aus der Gruppe oder kann eben einem Captain aus der Gruppe Synergie geben, wenn er auf der Brücke ist. Und die Fraktion ist Föderation, das bedeutet, man braucht später Föderationsfraktionscredits, um Data abzugraden. Wie immer gibt es in der Infobox dann auch noch ein bisschen Info über Data, aber das lasse ich ja aus den Videos immer raus, das kann man ja in Ruhe mal selbst lesen. Ich meine, Data ist jetzt sicherlich jedem bekannt, der auch nur irgendwas von Star Trek gehört hat. Wie gesagt, hat Data ein Kapitänmanöver und das heißt Menschenmaß. Das nächste Jahrhundert Data erhöht den Angriff, die Verteidigung und die Gesundheit aller Offiziere auf der Brücke um 8%. Das ist jetzt nicht mega, aber das kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt in dem Spiel bekommt man bestimmte Offiziere. Und warum man Data relativ früh bekommen kann, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber er hat ja auch noch eine Offizierfähigkeit und die heißt Machtspiel. Und das bedeutet, das nächste Jahrhundert Data erhöht den Waffenschaden des Schiffs um 20%. Das ist natürlich eine schöne Fähigkeit und wenn man einen Captain aus der gleichen Gruppe hat, der vielleicht noch ein bisschen besser ist als Data auf dem Käptenstuhl, dann ist das sicherlich eine nette Ergänzung für den Käpten aus der Gruppe. Nachteil ist bei Data, er ist ein gewöhnlicher Offizier, das bedeutet, er hat keine Außenteamfähigkeiten und das bedeutet halt für mich, für jemanden, der dann ein paar Level höher gekommen ist, dass ich Data absolut überhaupt nicht mehr benutze. Denn der ist wie viele andere gewöhnliche Offiziere, dann kommt der Punkt, wo du für alles bessere Offiziere hast. Und da man sie eben für Außenteams nicht einsetzen kann, setzt man sie dann gar nicht mehr ein. Und das finde ich einfach schade. Aber Data sitzt halt mit meinen anderen gewöhnlichen Offizieren, bis auf sehr kleine Ausnahmen, dann auf meiner Basis nur im Quarks rum. Apropos Quarks, falls du noch nicht auf dem Discord-Server bist, den ich für den Kanal hier auch eingerichtet habe, wo es dann auch Informationen gibt, wie eine Datensammlung, eine Videothek, da gibt es eben auch einen Quarks, wo man sich schön unterhalten kann mit anderen Zuschauern. Wenn du wissen willst, wie du da hinkommst, schau einfach mal in den angepinnten Kommentar, den ich, sobald ich kann, immer unter das Video Pinne, wenn es dann veröffentlicht ist. Aber du möchtest natürlich auch noch wissen, wo du Data herbekommst. Und da gehen wir einmal zum Rekrutierungsbereich. Und da sind wir nämlich beim Thema, warum man ihn früh bekommen kann. Wir gehen nämlich zu Standard-Rekrut. Und da ist Data dann unten mit drin mit Crusher, LaForge, Riker und Troy aus der gleichen Gruppe. Und du siehst, der ist bei mir max mit 168 Teilen. Das heißt, um ihn zu bekommen, wird man nicht so viele Teile brauchen. Und das auch noch aus dem Standard-Rekrut, wo du ja viel leichter die Token herbekommst, als für Premium oder Ultra. Und wenn du das Video dazu gesehen hast, weißt du auch, dass man sogar ohne die Token zu haben, hier Offizierteile bekommen kann. Also wirst du Data wahrscheinlich, also diesen Data, wahrscheinlich sehr früh im Spiel schon haben. Und dann wird er auch sehr hilfreich sein. Das ist halt eine Geschichte immer mit den Abschnitten, wo man im Spiel ist. Wie leicht sind die Offiziere zu bekommen. Wenn du natürlich zu denen gehörst, die ein Schweineglück haben bei diesen Offiziergeschichten, wirst du Data wahrscheinlich nie einsetzen, weil du schon die Besseren oben drüber so früh bekommen hast. Aber das ist jetzt eher mal der Ausnahmefall, dass die Leute so viel Glück haben. Im Normalfall wird man Data früh bekommen und dann mit Data auch ein bisschen arbeiten. Wenn du zu Data was ergänzen möchtest, weil du ihn zum Beispiel im Moment benutzt, dann schreibst du doch bitte in die Kommentare. Es ist immer schön, wenn es außer meinen Erfahrungen dann über die Kommentare noch mehr Erfahrungen von anderen Spielern gibt. Und wenn du ansonsten ganz allgemein Fragen hast oder Video wünsche, du weißt, dass ich die Kommentare regelmäßig lese. Und ich freue mich auch, wenn du nur Hallo sagst und aus welcher Stadt du kommst, weil ich einfach neugierig bin, wo meine aktiven Zuschauer denn so herkommen. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.